Das Zugförderungsprogramm für die Baureihe 103 ist die Folge festgelegt worden. Diese Lokomotive sollte Transauropexpress und Fernsteherzüge bis zu 200 kmh Geschwindigkeit und mit 480 Tonnen Last ziehen können. Zusätzlich war vorgesehen, dass das Lokomotive jetzt in Lokomotive 160 Stundenkilometer bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.